UNTERTITELUNG Miteinander, der Gruppenin loszulassen, das gibt eine Befreiung. Man trifft sich zum Spass zu haben, zum Sport zu machen. Es ist sehr befreiend, dass sich so ein Freundeskreis zusammenfinden kann, um sich zu entspannen oder sich selbst zu finden. Es ist schön, dass man sich regelmässig treffen kann. Das gibt auch eine konstante. Das heißt, wir wollen uns über 24 Uhr anfangen. Das ist dieses Ding, so ein Freundeskreis, das habe ich angefangen. Ansonsten, der Gruppenin loszulassen, das ist etwas zu verstehen. Das ist ein Freundeskreis, der Gruppenin moi, als ich ein Grosser Durstuch war. Untertitelung des ZDF, 2020